Am 24. bis Mittag kommen die Geschäfte in den Ofen. Mal schauen, ob ich noch alles finde. Irgendwas mit Gold, hat sie gesagt. Und dann noch irgendwas zum Spielen. Und für mich brauche ich auch noch eine Kleinigkeit. Schauen wir mal, ob ich da noch fündig wäre. Die Flucht der Flucht der Flucht der Flucht steht. Ich halte die Flucht der Flucht dieser Flucht, und ich war acht. Sie fallen mir immer anschauen, in dieser Flucht dieses Flucht des Flucht. Ich habe das Flucht der Flucht, ich mach mich für dich. Die Flucht des Flucht ist eine Flucht der Flucht der Flucht. Was ist das? Dann muss ich was mitkaut. Ja, ganz gut da. Ich weiß nicht, ob du siehst. Der ist halt gut aus. Das ist schon mal daheim. Dann nehmen die Dinge noch dazu und auch noch alles. Ich bin interessiert. Der braucht einen ABS-Film. Ja, logisch. So ein Schachtel war das. Das ist ein Kostmann. Das sieht ganz gut aus. So, jetzt muss ich das dann noch mehr inbauen. No, wie soll ich eigentlich alles haben? Etwas mit Gold. Etwas für ein Kind. Und dann noch eine Kleinigkeit für Missora. Jetzt muss ich noch einen schönen Baum aufputzen. Und da lasse ich euch dabei sein. Start mal! Jetzt müssen wir die Musik dahin holen. Das ist das, was wir machen. Wenn wir das, erstens. Man kommt das mit ihm ab und das. Dann nehmen wir das da nach dem Buss shortly. Auch hier. Das ist halt dabei. Und dann nehmen wir das hin. Dann nehmen wir das hin in! Na, ich muss das auch erheben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.